Jo, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute, wir haben hier Rackets Spiel mit meinen drei Freunden. Wie ihr sehen könnt, ich bin zum Platin 1 in die Season, wo erst drei Tage geht. Dieses Ziel ist, in die Season anwesend zu werden und wir spielen zwei oder drei Runden Trios in Racket. Let's go! Jetzt, Leute, wir sind drin und jedenfalls, wir werden eins oder zwei Runden spielen, bis wir einen Sieg holen. Auf jeden Fall, ich bin nicht aufgewirkt. Viele werden sagen, wir haben noch eine Lüge. Also, Spiel ist kein Racket, doch, Spiel ist ein Racket. Er ist auch Platin 1, Leute, nur zum Verdächtnis. Also, wer jetzt sagt, das ist eine Lüge. Und ihr könnt ihr auch folgen. Ja, ja, Leute, ihr habt uns in die Lobby gesehen. Ich würde mich freuen über einen Lang-Gut-Abu. Und ich würde sagen, hier landen einfach mal. Hast du Bock, da zu landen? Oder so? Ja, ja, okay. Äh, lass dort, wo du markiert hast. Lass dich das gut stelle zum... Ja, okay, dann da. Nein, da, da. Oh, 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 oh. Ja, okay, dann da. Aber nur, wenn du schaffst, weil du nicht mehr schaffst, dann musst du nicht da landen. Ich schaffe nicht, ja, gut. Lass hier. Ja, da, da, da. Lande da, lande da, wenn ihr es schafft. Lande da, wenn ihr es schafft. Lande da, wenn ihr es schafft. Wir können da landen. Wollen wir da landen? Nein, 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 das sind zu für die Gegner. Das ist Witzer. Ja, also nicht. Ja, okay, auch Platin 1-Slobby. Ja, Platin 1-Slobby ist Witzer. Letztes Season war ich... Letztes Season war ich... Letztes Season war ich Angiel. Die größten Schwitzer. Junge, wenn du mal bei Angiel bist, ne? Du bist tot, ich sagst dir. Ich hab schon einen Freund auch auf Angiel gepuscht. Ich komm, sind wir euch gegnern. Ey, ähm, äh, Gabler, ähm, kannst du ganz kurz kommen? Komm mal zu mir. Aber ich kann es, ich schaff es nicht. Hä, wo bist du? Ey, ich komm, ich komm, ne, ich komm, ist wirklich... Ey, ich bin Ende an der Welt. Warte, ich komme. Scheiße, ich bin bei Hayley Hillside. Ich hab Double Pump. Junge, ich bin der Einzige, der da gelandet ist. Ähm, und Leute, ihr könnt... Die könnt ihr auch mir folgen. Also auf TikTok aber. Ja, wie noch TikTok? TikTok-Name. Wenn du möchtest, was du TikTok-Name schaffst. Ja. Ey, warte, Martin, warte mal. Ich will mit dir. Lass uns zu Karabla. Ähm, also mein Name ist A großgeschrieben, recht klein, Ariel der Echte. Alles klein. Wer man nicht weiß, also nicht alles klein, alles zusammengeschrieben, nur A ist groß. Und wer nicht weiß, wie man Ariel schreibt, guckt doch oben links in meinen Namen. Also ich und Martin, Martin oder so, fliegen um unser Leben. Ja, die kommen gerade wieder. Und ich hab auch eine Double Pump, also wer braucht... Nee, nee. Funktioniert Double Pump? Nein. Nein. Aber ist geil eigentlich. Ja, ich hätte ein Bier und gäst ein Vorkamera mit Double Pump. Dieter, hier ist immer eine G-Klasse. Mercedes-Benz ist einfach geil. Ich hab meine Monster früher gehabt, aber da hat sie doch Mercedes Gegner, glaub ich. Nein, 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 nein. Bei mir ist ein Box. Bei mir ist ein Box. Ich hab einen NPC geküsst. Eigentlich ist er ein Ober-NPC, aber egal. Ich hab einen blauen Tag, also blauen Automaten, das kann ich verbraucht, weil ich... Ich bin immer geschroft, ich bin immer geschroft. Warte mal, hier zwei Pommes für euch. Ey, die kann ich aber... ein Ding, warte mal. Ich komme, warte mal. Warte, ich darf nicht. Ich hasse die, ich habe. Warte noch... Ja, ich auch. Oh, warte, ich wohne, ich habe mich abfüllen. Wie? Ist da Ding? Ja. Ist da Werkbank? Ja. Uff. Uff, Hey, wie kommt man ins Tresor rein? Ja, das ist gut. Okay, wenn ich da, wenn ich... Warte, wie kann man das entfernen? Ja, man kann es entfernen. Ich habe es jetzt entfernt. Echt? Was habe ich entfernt? Ach, und hier. Hey, wo kann man... Hey, Gabla! Hier, bitte, ich brauche einen Mini. Ach so, da ist... Ah, ich brauche einen. Ich brauche... Ach so, ich nehme du dann. Ja, danke, ich habe... Äh, ausrüstet. Ja, wie viele Minis habt ihr? Ich habe... Wow. Für den anderen, für den anderen. Ach so. Ach so, hier nicht viel. Nein! Ich habe falsche Waffe ausgerüstet. Ich habe nicht, du hast es bei deinem Pappen. Weil die Pappen alles ist ultra schrott. Ja. Ich mache bei der. Bei der ist okay. Ey, wer kennt das? Oh, diese Waffe ist so geil. Ey, ich hasse die neue Granaten. Äh, nein, nein, nein. Du tötest mich gleich. Ich gehe mich schon wieder selber. Das ist meine, das ist meine. Das ist meine. Ich bin so gut eigentlich mit der. Warte, bevor du die benutzt, komm zu mir, Gabla. Mit der gewinnst du immer. Ähm, komm mal. Gib mal ganz kurz die Waffe. Gib mal. Ich rüste die perfekt aus. Warte, nein, nein, nein. Bevor du was aufrüstest. Gib schnell die Waffe. Ich mache was nicht gut ist. Ja, okay, okay. Okay. Ich kaufe sogar extra für mich. Ich spiele jetzt mit der, warte. Ja doch, mit der. Die ist gut, glaub mir. Okay, ich weiß, ich weiß. Ey, Martin, Martin, nein. Geht, komm, ich komme. Scheiße. Komm bitte. Ich habe keine Match. Ich habe keine Match. Ich habe auch fast nichts mehr. Ich habe Match. Ich habe Match. Ich habe Match. Ich habe Match. Wir haben sie noch. Wir haben sie noch. Ich bin so weit. Ey, ich lauf jetzt. Junge. Das lauf jetzt keine Match. Ich kann nur springen. Ich kann nur springen. Ich kann ja nur springen, sozusagen. Egal. Ich glaube, die erste Runde leider verloren. Alle bereit machen. Alle bereit machen. Alles Minus. Minus. Ich habe auch Minus. Jetzt, Leute, wir sind in die zweite Runde. Und wir werden jetzt die Gegner fielen. Leute, wir werden die Gegner komplett tops. Und wer hat eben meine Edits gesehen, also. Ja. Und, ähm. Wir werden jetzt dieses Mal da landen. Ja. Und, ähm. Wer, ähm. Gar davon nicht abonniert, den werdet ihr heute Nacht um 3 Uhr besuchen. Oder nach, ähm. Ach, es passiert aber gar nichts. Ich bin einfach dumm. Oder doch, es passiert was. Dann, ähm. Dann werden eure Eben ein Wasser. Wenn ihr Gabler, ähm, abonniert, dann bekommt ihr für immer einen Jahresvorrat OG-Skins. Und mit No-Skin, natürlich. No-Skin zieht die Besten. Ich habe eine Porn. Ey, 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 ey. Ich brauche nicht, ich brauche nicht. Bei mir den Gegnern. Ach so, du bist nicht. Nein, darfst du mich mit Wasser? Äh. Hier, Richtung Nordwest, den Gegner. Hä? Erstmal ein bisschen Metz fahren. Ähm, wann? Ich habe keine. Ich habe eine. Ja, hier, in den Pump. Komm, wir werden alle Gegner hopsen. Okay, alles zurück. Vorher haben uns die schlechtesten Gegner gekillt. Ja. Wegen hier. Ähm. Und alle also Gabler abonnieren. Habt ihr euch das dann? Ja. Hat er auch für mich ein Pappel? Ey, ja, ich habe Mut hier. Und leuchtet er, schwarz, er runter, wegklingt. Ich hoffe, wir haben ja auch die Runden gewöhnt. Und die Leute scheinen, wenn ihr die Runden nicht gewöhnt, kriegt ihr mal eine Kaufer im Haus. Mach dir eben nichts, aber ich schaffe es nicht. Och nein. Wer wärst gejagt? Ich. Nein. Elimini, nee, du wärst doch nicht gejagt. Zwar 10, es gibt die, ich hab gedacht, du wärst gejagt. Nein, ich lass den jagen. Der ist alleine. Kann irgendeiner von mich bis zum Netz geben. Ich hab irgendwie gar keine. Obwohl ich gefühlt drei Stunden daran warte. Guck, ich hab epische. Ey, Leute, sollen wir mit diesen Granaten, die an Gegner abpacken? Sollen wir? Ich hab die No-Scope-Waffe. Ich hab die No-Scope-Waffe. Ich kann Leute die No-Scope. Ich hab die No-Scope-Waffe. Ich hab die No-Scope-Waffe. Also, ein Mal auf den Bisschen-Talmensch. Ich bin gar nicht kurz dumm meditiert. Ich hab Steinen am Arsch, nur 30. Ich hab Holzstuhl. Stark, ich hab 300 Teufel. Die sind perfekt noch an den Sohn. Oh, gleich. Haus ist runter. Ich baue das auch ein bisschen ab, damit gar keiner ermettet. Die Sachen schweben da einfach. Hä? Hä? Achso, die müssen das abmachen. Warte, die Leute nichts machen. Jetzt sieht sie das, wenn man Gablerfahren abonniert, dass man jetzt richtig viel Glück hat und das zerstören kann. Öh höö. Bö0, die sind ja einfach außer zerstörbar. Aber, Leute, guck mal mich an. Guck mal. Leute, guck mal was ich mache. Was ist denn hier los? Ich mach einfach Parkour. Ich hab 500 Holt und verkack beim Parkour erstmal. Ich bin jetzt full mit alles Außerwähls. Ja, das geht nicht ab. Das ist ein Gummi. Gummi-Gummi. Ja, die Gegner werden sich denken, wieso spiel ich lieber am Fort denn? Ich musste am Fort denn lösen. Ja, okay. Auf einmal kommt der arme No-Skin. No-Skins sind ja die besten Skins. Wer sagt, Renegade Raider ist der OG-Skin? Der OG-Skin der Welt. Soll einfach Fortnite löschen. Der OG-Skin kommt in 3 zu 1 und zwar No-Skin. Die gibt es seit Season 0, Chapter 0. Nein, nein, nein. Von Anfang an das Fortnite-Pixel-Game. No-Skin besser. Ich weiß, ich wollte nur sagen... Ich wollte nur sagen... Die 10. Skin ist ein Brilliant Bomber. Aber No-Skin ist geil. Brilliant Bomber. Doch, doch. Brilliant Bomber ist der. Wirklich. Ich brauche einfach nur Stein. Ich brauche einfach nur Stein. Aber kann das schon weg? Aber kann das schon weg? Aber kann das schon weg? Ich habe nur eine Bombe und Granate. Ich bin voll Null Stein. Oha, ihr fliegt weg! Ihr fliegt weg! Ihr fliegt weg! Ihr fliegt bis zu Afrika! Wir haben ihn eingesteigt. Alle werden sich ganz fast. Ich bin fast... Nee... Nee... Ich habe ja noch aus. Hey, was ist denn? So, so, so. Ich geh mit, stopp. Was macht der? Ey, bitte. Bitte. Einmal bitte aufpassen hier. Die Polizei ist da. Einmal, einmal bitte aussteigen. Aussteigen. Gegner, Gegner. Okay, ich gefällt euch. Jetzt fehlt mir nur noch Stein. Ja, ich bin jetzt gleich los. Digga, ich finde... Ich zeig euch gerne, ich finde nur Pompgons. Sonst nichts. Ich habe bis jetzt nur eine Pompgons. Ich fühle mich... Ey, Leute, ich fühle mich als ob... Lass da, 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 da... Ja, lass da, 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 wo... Wo diese... Ding gespawnt wurde. Wir sind immer noch in die Schuhe. Digga! Erkennt? Schon wieder eine Pompgons! Digga, es konnten ja drei Leute gespawnt. Digga, was? Es kämen einfach nur noch 32... Ähm... Warte... Neun... Ne, ich wollte einer... 29? Hey, wir drei... Bist du dumm? Ja... Ja, ja... Ja, okay, ich kann eigentlich auch kein Mathe. Ich kann nur Deutsch. Bin der beste Deutsch von der ganzen Schule. Wirklich? Ja... Ja, okay, komm, 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 da, da, da... Mach Parcours, ich mach Parcours, ich mach Parcours. Ich sterbe, holt mich wieder... Rock, rock, rock! Ich hab das... Ja, ja, bei mir sind Gegner! Nein, 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 nein! Nicht zu Gegner! Die Gegner sind besser wie Mokal! Ja! Ich hab den... White, der ist White, der ist White! Ich hab den richtig... Komm mal außen, komm mal außen, Sablan! Komm zu mir! Digga, warum sind die Schnitzscheiße denn nicht? Das ist ein Splitter, die eben 90's Crank gemacht hat, ja? Tschüss, ich verpiss mich! Ja, verpiss dich lieber! Ich bin komplett voll... Nun komm doch! Ist der Gegner? Wo, wo, wo? Oh mein Gott! Wer kennt das hier? Hihi! Hihi! Ich kann mich nicht eliminieren! Hey, Gablan! Wenn du stirbst... Also wenn Martin stirbt und danach ich sterbe... Also wenn Martin stirbt und danach ich sterbe... Und auf einmal du volldämmig bekommst, was dann... Ich glaub ich kann schon nicht weggewuchtet werden! Ich bin... Cool! Hat irgendeiner Biggi? Du bist doch kein Teil von Kuh! Ich werde nicht jagen! ZUKOMMT! 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 Achtung nicht hinzu! Hier zu kämpfen 5000 Gegner! Wenn du dich fragst, hätte du das neben dem Anliegen sind nicht schlecht! Ähm... Das war extra, ja! Mhm! Ich glaub wirklich extra, ne? Ja, wirklich! Nein, nein, nein! Ich bin wegen dem Sack gestorben! Ich bin wegen dem Sack gestorben! Doch nur die Gegner killen mich! Ich brauch Hilfe! Ich brauch Hilfe! Bitte helf mir doch! Hilf mir doch! Abre! Was ist das? Oh man, ich wollte ja nicht helfen, was machen wir jetzt! Ich hätte was machen, was... Ich bin ja! Oh! SUKA, BLEAT!